So, jetzt. Film nochmal. Läuft schon, läuft schon. So, jetzt geh ich zur Tüte. Jetzt Action. Läuft jetzt, ne? Ja. Hier müssen wir bleiben. Pause und trinken. Pause und trinken. Ein tolles Bier. Okay. Hier ist nichts los. Ja. Tüte, hol mal. Du sagst, hier ist ein Bauernhof. Kann man plündern? Okay. Hier ist ein Bauernhof. Kann man plündern? Der ist so ein Bauernhof. Können wir plündern. Hier in der Nähe? Hier in der Nähe? In der Nähe hier. Okay. Warum wir es plündern? Klar, ne Tüte. Hier, guck mal. Hier, guck mal. Ja. Was ist los? Alles gut. Guck dir es mal an. Gläser. Nosen. Das. Ich packe es ins Auto. Das machen wir heute Abend. Okay. Ich gehe da. Da ist jemand. Los, müssen wir gehen. Warte mal, nicht dazwischenregen. Da ist jemand. Da drüben. Da gehört jemand hin. Jetzt sagst du ein bisschen verrückt. Warum lochst du da hin? Bist du verrückt? Warum lochst du da hin? Ich gehe da hin. Niedergeschlagen. Dem gehört die Tüte. Nix, hier weg. So, wer soll das gut brauchen? Ne, hier aufnehmen. Wie ich das nehmen rein. Hast du aufgenommen? Schnell weg. Reinladen und abhauen. Ja. Das war knapp. Fahren wir zum Bauernhof. Trauben wie hinaus. Trauben wie alles weg. Ja. 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 Ja.